Setzt sich durch gegen Sören Sturm, bleibt an der Scheibe, setzt sich gut durch und macht das Tor zum 2 zu 1 nach Verlängerung. Hier sehen wir es nochmal. Unterzahl-Break, das ist LeMay 1 zu 3. LeMay steht da oben links, hat ja auch in diesen Positionen schon durchaus gemacht. Tor! Und ich habe es noch gesagt, LeMay, den kann er von da, da hat er sich eingespielt, den hat er eingemessen. Mathieu LeMay, Mathieu LeMay, Mathieu LeMay! Tor! Und er macht es! Er bringt die halbgeratene Führung. Dieser Steck, nicht ganz. LeMay kann den Druck abfangen. Tor! Er macht es, ein Unterfall! Ja, und jetzt tut das einfach. Jawoll, großer Fehler von Jerry Q, der den Punkt da rausküren will. Oh, schwieriger Pass Richtung Reisenecker. Und damit steht es 1 zu 0 für die Eispiraten aus Krimicau. Sonst haben wir ein bisschen die Eispiraten. Jetzt vielleicht mal, der Eingang! Weg! Möglichkeit! Jawoll! Da macht er, LeMay! Das hat er richtig gut gemacht! Er wird auf Eisen geschickt. Tanzt Brevenia aus. Die Sanktion für Kemmich Hopp, kommt die Scheibe dann noch einmal. Und macht hier das 2 zu 0 nach 10 Minuten und 18. Dann zu viel, dann noch einmal mit einem guten Backchecking. Aber dann ist plötzlich Fieser! Mit dem Pass an die Langpfosten zu LeMay! Hier ist der Check da gefahren. Und Tor für die Eispiraten. Also Traumstart für die Westsachsen hier. Die gehen in Führung.